Ah, jetzt muss ich sicher... Äh... Oh, no! Nee, du musst erst mal die Tür von der anderen Seite halten, oder? Kannst du? Nee, nee. Ach so, ja, dann... Ah, warte, ich kann... Ich kann vielleicht... Ja, jetzt du auch ein Venti kannst. Aha! Du Assi! Hahaha! Okay, wir durch. Drück drauf. Oh! Schnell, weiter, weiter! Ja, ich kann nicht! Geh weiter! Kuh! Hopp! Hab ich! Uuuuh! Easy game! Richtige Profis, ey! Voll Profis! Hey, righty, moinzen! Geschreie die ganze Zeit! Aaaaaah! 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 Okay, bin drin! Hey, Maggie, moin! Huuuuhh! Aaaaaah! Ist eigentlich schon ein cooles Konzept da. Ist mega cool! Und die Gaffe kriegst du so. Oh Gott, na das kann der was wählen. Nein! Boah. Oh shit, okay. Ja du kannst dich sicher festhalten, oder? Da unten dreht er sich dann. Oh du musst drauf. Hä? Nee, hält sich nicht fest, oder? Ja, jetzt. Gott, das war auch schon wieder knapp. Du bist dran. All. Leerstaste gedrückt. All. We made it over. Hallo. Hallo. Let's keep moving. We're getting closer to the top. Oh shit. Ha 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 ha. Oh shit. Oh shit. Uh. Hop. Hop. Oh. Ai. Oh oh. Oh. Oh come on. Ja. Ja wie er gerade über. Bring. Nee. Oh. Boing. Easy snack. Mac. Äh. Yes. Eclipse. Oh. Ja einer muss den Schalter bewegen, glaube ich. Warte. Oh. Aber ja nicht springen, ne? Jetzt. Jetzt. Ach man, sind wir gut. Ja. Also. Oh shit. Richtiger Speedrun. Boah. Hä? Wieso dreht der sich? Der ist ein Stop-Sage-Roboter-Bad. Ach so. Ein fliegender. Ich finde den Sound übelst geil von den Dingen. Du bist hierher nicht rum. Ja. Na ja nichts machen. Hii. Hovi. Hii. Hovi. Jebbel. jetzt kannst du einfach rein springen ja man hey du hast es ja auch endlich mal geschafft entzündeten bin irgendwie immer abgelenkt von deinem bild jetzt müssen wir wieder schalter umschalten sound ist ja nicht schlecht ich habe es gesagt schalter umschalten oh tschüss jetzt mal ist mein nein ah ja jetzt jetzt uuuh äh ah jetzt muss ich ich dachte gerade ein richtig guter blazer jetzt muss ich nach vorne nein doch nein was nein ich komme ja ja er muss ja Was ist das? Was ist das? Wir brauchen den Breach. Wir brauchen den Breach. Ah, Zeit für mehr poderflüge etwas. Nein! Nein! Ähm. Äh, Hupsi. Aha. Ja, jetzt ist es glaube ich da unten, oder? Äh, jetzt muss ich klappen. Ja, genau. Oh, die sind da. Bossfight. Ja. 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 Hey, Matthew. Are you really gonna believe that, huh? Because I would not. Don't listen to him. Once I get my real body back, I can fix you. Oh, is that so? Why did you buy the expensive Turbo X 2000, huh? Hey! What? You've replaced me with the Turbo X 2000! A pretentious French, Matthew, who can't even suck properly. Was? 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 Okay, ich bin weg. Tschüss. Schau dir, gut! Komm her. Ich würde es nicht so gut sein. Das ist verrückte, was ich? Musst du... Ah, du musst schießen. Oh, shit. Okay, ich bin ready. Oh, nice. Kommt der jetzt umher, ne? Hey, freakin' Moin. So, shit. Ich frage und kann doch, woher hat der diese ganzen Knalldinger? Oh, shit. Oh, shit. Komm runter, Sauger. Oh, shit. Das ist jetzt nicht gut, oder? Ja, du kannst ihn bestimmt drehen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich bin bereit, Barney. Oh, ho, ho, ho. Ja, wenn wir da stehen, dann kannst du mehr Dinger einsaugen, das ist echt gut. Wenn wir mehr Damage machen. Warte, 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 noch nicht einsaugen. Hey. Oh, shit. Ich hab nur einen eingesammelt. Los, los, los. Oh. Den haben wir aber richtig gut. beides okay also ich fühle schon wie unsere beziehung einfach viel besser geworden ja unsere liebe ist einfach unzerpräcklich so gehen die augen raus voll die action-explorationen hier ja du musst wissen du musst diesen Ort benutzen ich habe hier noch nie und alles sieht anders ja es ist wie eine eine gewisse Version der Realität ich kann sagen, räumt mal euer Puff auf hier Schweinestall Ja, ich bin gestolpert. Also das war jetzt nicht schlecht, Barney. Ja, das. Rose! Sie können uns nicht hören. Wie werden wir da jetzt? Ja, die Frisur vor allem. Ja, das sieht auf jeden Fall nach Berlin Friede sein aus. Ich weiß nicht. Über hier! Schau, ich weiß den Weg. Ich werde dich da, wenn du mir helfen kannst, meine Freunde zu retten. Was Freunde? Meine Freunde. Meine Freunde. Wir waren sehr wichtig, aber dieser Mensch hat uns in der Toolbox und verlassen. Du meinst May's Toolbox? Ja. Ja. Die Frau Hörger. Du kennst sie? Nein. Nein, das nicht. Ich habe das Frau Hörger. Die Frau Hörger hat eine neue Arbeit in der Stadt und nicht mehr Zeit für unsere Hobbys. Wer geht über die Hobbys? Du weißt, wie schrecklich ist es zu sterben? Es ist wie zu sterben. Slowly. Slowly. Schau, Hörger. Da gibt es ein Gerät in der Toolbox. Wir können uns helfen, deine Freunde zu retten, aber nur wenn du uns in der Rose kannst. Okay. Es ist ein Problem. Wir holen mich. Okay? Jetzt gehen nach dem großen Tür. Wir holen den Nählen. Wir brauchen ihn. Okay. Hier geht's. Woa! Wo geht's? Let's go! Just whistle. What? Really? Ho! Cool. We got a flying nail and a talking hammer. Let's go. Was kann schon schief gehen? Hey, that's alright. Be careful with that nail, Cody. I don't want it in my eye. Okay, well don't drop that hammer on my toe. Worry, I know how to handle tools. Oh yeah? Well, me too. Last time you used the hammer, you smashed your own thumb. Yeah, well. Okay, I get it. But I'm in charge of the nail. Okay, okay. Just be careful. Du musst da jetzt rüber. Ah, da kann man runter. Was ist das hier? Gibt's hier ein Secret? Secret. Secret. Nee. Nee. Danke an mich alle. Zu euren supporten. Dort geht's gut. In diesem Sinne. Oh. Wach. Ah, da drüben. Easy on me! Nein! Nein! Timing, Bruder. Mario, du kannst da auch den Nagel reinwerfen, ne? Dass das da hält. Ach so. Ja. Ja, komm doch. So spitzenmässig, wie du das gemacht hast. Auf der anderen Seite geht's auch oder was? Maybe we can swing off that nail. Äh. Was muss ich? Das bist du, he? Blau bist du. Ah, soll ich... Äh. Äh. Kannst du den doch mal... Was muss ich? An das gelbe Brett. Also. Spitze. Oh. Du musst, glaub ich, noch einen zweiten werfen, dann. Ich hab nur einen. Einen anderen wohl... Ah. Ah, nee. Okay, hab ich, hab ich. Alles gut. Äh. Also, wie du das wieder gemacht hast, Bart. Ja, siehst du nur. Also, langsam... Langsam hab ich's richtig raus. Juhu. Still over here. Hello. The bridge, please. Aber den anderen hat's auch noch. Ich hab'n neun jetzt. Ich hab'n neun jetzt. More ammunition. Äh. Ja, den anderen hast du da umsonst reingeknallt, glaub ich. Ach so. Ja, weil's gelb war. Ja. Ja, du musst jetzt irgendwie rüber hier bei mir. Zu mir, oder? Ja, hier. Ja, beruhig dich. Ich bin drüben. Ach so, ja. Ach so, ja. Das hat so viel Spaß gemacht. Du musst hier den Nagel reinknallen übrigens. Wo? Hier. Auf der Seite. Ich bin hier unten. Nee, von hier wo ich... Genau. Und hier auch. Ach so. Also wenn wir dich nicht hätten. Sogar Eimesis hast du noch. Naja, für die kleinen Kinder. Naja. Oder für mich auch. Nein. Aber für was ist denn das hier? Was? Hast du Spaß da? Ja, das gelbe Ding hier. Na, da war der zweite Nagel drin. Ah ja, stimmt. Ich hab den gar nicht gesehen. Ich hab ihn einfach eh gedrückt. This is so satisfying. I think I'm gonna be sick. Wie so kann man jetzt auf einmal das Glas nicht sehen? Oh, hier gibt's ne Taschenlampe. Die hab ich schon kaputt gemacht. Was? Oh, wieso? Oh, wieso. Oh, wieso? Oh, wieso? There are no relationships without challenges. Challenges make you grow. What is it with you? Can't you just leave us alone? Oh. When you're willing to face a challenge, you always learn something new. So, remember, when you hear this sound. Follow it. Keep following it and you will find the challenge you seek. Welcome to your first couples challenge, win or lose. You must do it together. Wir wären jetzt schon die ganze Zeit Challenge. Das ist so ein richtiges Pärchen-Game, glaube ich, oder? Oh, Schatz, bei uns läuft nicht mehr. Lass mal Decks durchspielen. Let's play. Let's play together. Hä? Achso. Hehehe. Elevate. Irgendwas. Rief Cody, bleib oben, um zu punkten. Achso. Watch your head, Cody. Oh, you won't beat me. I'm faster than a mole. My hammer's faster than that. Ha! Pinkaboo! I'm dead! Yeah! Aua! Aua! You missed! One more down! Ha! Ha! Super, das schaffst! Ha! Too slow! Wie, wie viel... No props! Aua! Nice! Ja, aber wieso kriegst du zwei, what the fuck? Das kannst du gar nicht gewinnen. Easy Game! Ich bin der Champion! Ja? Das hast du super gemacht. Habt ihr das gesehen, Chat, wie ich Barney komplett auseinandergenommen hab? Ja, richtiges Tier. Hä? Mach gleich nochmal, ja? Ich weiß nicht. Ja, muss oder muss nicht, oder? Ja, ich mach dich auch nochmal fertig, ist einfach mehr. Ich hab mal da recht. Ha! Ha! Aber wie, ich mein, wie will ich das gewinnen? Du bist so schnell. Und ich muss so lange oben bleiben, bis ich einen Punkt bekomme. Ich check's. Nicht irgendwas muss ich falsch glauben. Ach ja, check's. Ja, ich wollte dann mal weiter gehen. Ich bin zu doof, glaube ich. Epic Gamers. Was geht's? Ah, the sweet sounds of machinery. There's nothing better. Ja! Richtiger Epic Gamer. Upsiii! Hold on tight. Hold on tight. Warte, ich hol dich. There's another machine in the way you're doing for me. Hier kann Jake was machen. Oh! Hey! Hey! Ah, so jetzt kann ich. Jetzt kann ich last. Jetzt muss ich lagern. Hey, sicher! Hast du das? Yup. Hey. Ah, hier ist ein Glas drin. Dach gerade. Ja, kannst du einfach durchlaufen. Kannst du hier drauf hemmen? wir brauche ich brauche gar kein hammer kann das ja ich glaube es ging ohne ich habe dich ja rüber gehämmert ich kann nein doch eigentlich den anderen zuerst aber wenigstens nicht von anfang an ein 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 Oh, das hätte ich auch an Leiden gekrüscht. Ich habe noch einen dritten Nagel für dich. Super. Ach so, du bist noch nicht oben. Na, warte. Ich habe noch einen dritten Nagel. Oh. Äh. Oh shit. Ah, warte. Ja, ich weiss nicht. Warte. Nein, warte. Jetzt. Hä? Das hat er jetzt nicht geworfen. Du musst jetzt den unteren da rausziehen. Ja, ja. Äh. Ne, 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 den anderen oben. Genau. Den, ja, oder so. Ja, den, genau den. Jetzt springen, oder? Und dann. Jetzt musst du den links auch noch rausziehen. Was? So. Und den, und den. Äh. Also, wie du das machst, Junge. Ich weiß ja nicht, warum du nicht in der Besetzung für Sherlock Holmes warst. Ja, ich weiß ja nicht.